und er hat sie aber abgelehnt. Was? Ein paar sagen die wollen die App haben wir sollen sie vorstellen. Die ganzen Pogo Fanatiker sind schon weg. Das ist irrelevant, ganz ehrlich. Oh Leute, was geht ab Leute? Mit dem Start Nico und Tati. Wir haben gerade eine Box aufgemacht. Es gibt ein Update. Du hast die Kommentare gelesen Tati. Du hast gesagt überraschend positiv. Nico weiß noch nicht Bescheid oder vielleicht hat er das Video auch gesehen. Wir haben ja mal ein Video gemacht, dass es nicht online gekommen zu Montanablack und dem Sponsoring, was er hätte annehmen können. Warte, ist das der, der irgendwie 30.000 Minus gemacht hat bei Bitcoin oder wie ist das? Was? Meinst du bargisch? Nein, nein, nein. Achso, ja, ja, genau, 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 genau. Und du warst ja der Meinung, er soll es annehmen, wieso nicht? Achso, dieses, naja, jetzt erinnere mich. Ja, genau, von diesem Spiel. Ja, 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 ja. Also es hat sich herausgestellt, er hätte 90.000 bekommen. Oh mein Gott, Mann, ey. Und er hat sie aber abgelehnt. Was? Ja, ihm war seine Integrität und sowas eher wichtiger. Alter, 90.000 hätte sich gleich verpisst oder keine Ahnung, er hätte YouTube zugemacht und fertig. Er macht viel mehr. Ja, macht doch viel mehr, Mann. Was heißt, er hätte sich verpisst? Ja, das wäre dann so ein Nebenverdienst gewesen. Auf jeden Fall. Ein schöner Nebenverdienst. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist krass. Mich hat eine Firma angeschrieben, die wollte eine Kooperation. 90 Euro. Hey, 90 Euro auch viel Geld. Ja, Mann. Geteilt durch 5 oder was? 100 Euro auch viel Geld, ja. Er hätte von den 90 schon 50% gesetzt. Ja, 45 schon mal furcht. Ja, ja. Und dann noch davon, für Vaterstadt, aber es ist halt spufen, es ist halt cheaten, eine Cheater-App für PoGo wäre es gewesen. Okay. Deine Meinung direkt ist okay, ist nicht okay. Ich kenne mich Pokémon Go gar nicht aus. Aber einfach spufen, es ist einfach Cheat. Das ist GPS-Fake. Du stehst hier oder bist zu Hause und kannst aber überall spielen. Ist halt... Ja, aber wieso macht... Ja, also das ist schon... Also ich denke, wer einen seriösen Channel hat, wird sowas nicht machen. Das ist korrekt. Die Frage ist, haben wir einen seriösen Channel? Es ist so, man kann es ja bewerten. Man kann es bewerten, habe ich auch gesagt. Echt? Man muss es ja nicht, man muss es ja nicht empfehlen, aber man kann es bewerten. Ja, genau. Man muss es nicht gut reden, man kann es neutral, einfach nur betroffen. Aber ich kenne mich jetzt mit Pokémon Go gar nicht aus, wie ist denn das? Wenn du das jetzt benutzt, äh... Keine Ahnung, ist das, sag ich mal, ist das dann nicht anerkannt bei der App oder wie ist das dann? Ja, na klar, das ist... Doch, in der App ist anerkannt, also ist genau... Die merken nichts. Also wenn sie es merken... Aber du kannst jetzt zum Beispiel... Es war doch irgendwie so, so manche Pokémon gibt so nur USA oder zum Beispiel Australien oder so. Genau, die kannst du dir dann holen. Genau, die kannst du dir dann holen. Ja. Ja, aber das ist ja zum Beispiel, äh... Ich sag mal so... Das ist ja kein Anreiz. Dann hast du zwar alle Pokémon zum Beispiel... Ohne Scheiß, das habe ich auch letztens über Piran gelesen, man. Der hat doch auch irgendwie als erster so alle Pokémon. Ja, ja. Und dann stand irgendwer drin im Artikel, der hat das auch irgendwie dann sein GPS oder irgendwie jemandem das weitergegeben. Und dann hat er alle, aber er hat es nicht wirklich dann gefangen. Ja. Aber... Ich meine, okay, du hast dann zum Beispiel alles, aber es ist ja keine... Keine... Keine wirkliche Leistung. Ja, eben. Eben. Deswegen ist es ja nicht so anerkannt in der Szene. Aber kostet das was oder wie ist das? Ne, umsonst wär dir. Umsonst. Okay. Ja, aber es ist halt so, natürlich, äh... Auch viele Firmen springen auf den Hype an. Natürlich, wenn es irgendwie Pokémon-Go-Hype gibt und so, dann gibt es natürlich wieder Leute, die schauen, dass da irgendwie wieder was... Damit rauskommt, äh... Ja, genau. Und darüber haben wir letzte Woche diskutiert. Wir haben euch gefragt. Wir haben verschiedene Szenarien sind wir durchgegangen. Nehmen wir es an, nehmen wir es nicht an und so. Aber hast du selber mal benutzt? Hast du das selber mal gemacht? Ne, ne. Ne. Wieso lachst du so? Ja, weil das ist dieses eine Tabu. Also ich habe vieles gemacht. Wirklich vieles. Und auch beworben und den Leuten gezeigt und Tipps und Tricks. Das ist halt diese eine Sache... ...einen Schritt zu weit. Alles andere ist in der Szene erlaubt. Ist auch cool. Und jeder... Du hältst dich so raus, Mann. Keine Art Probleme damit. Du bist so leise. Aber nur diese eine Sache ist wirklich nicht anerkannt in der Szene. Also... ...dachte ich mir aber anscheinend... ...juckt es die Leute gar nicht mehr. Mein Tati jetzt so. Das ist richtig. Ja, weil... ...viele wirklich... ...zu dem Video kamen echt viele Kommentare. Ja. Und viele sagen... ...ein paar sagen, die wollen die App haben. Wir sollen sie vorstellen. Wir sollen was machen. Ja. Dass du dir auch verdient hast. Ja, weil... Ist ja egal. Du hast eh aufgehört und 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 und. Viele sagen auch, hey, zeig mal... ...mach einfach einen Account und zeig mal die App und das und das und das. Gibt es natürlich auch welche, die sagen, nee, würden sie nicht machen und das und das. Das war doch das Interessante bei Pokémon GO. Oder hast du immer rausgegangen? Ja, natürlich. Und wenn du jetzt irgendwie von zu Hause deinen Standort änderst, keine Ahnung, ich bin irgendwie in den USA oder was, dann von zu Hause zocken. Ja. Du spielst ja trotzdem. Ja. Die Sache ist halt, Pokémon GO ist irgendwann ausgelutscht und du hast keinen Bock mehr rauszugehen. Ja. Irgendwann... Du hast eh... Aber das hat sich mittlerweile eh verändert, weil es gibt ja diese Fanrates und so und du kannst ja mittlerweile jetzt auch einladen. Viele spielen echt nur noch von zu Hause aus. Ja, wirklich. Du kannst ja mittlerweile auch die Leute einladen auf Fanrates. Ja, ja. Und da war sogar einer, der hat gemeint, dass er auch spooft, dass er auch das zugibt und alles. Ja, da gibt es viele. Und wenn er nicht spoofen würde... Hätte er schon aufgehört. Hätte er schon aufgehört. Ja, kenne ich viele, die sowas sagen. Ja, natürlich gibt es auch viele, die sagen, nee, die wollen jetzt so normal spielen. Ist auch natürlich okay. Ja, ja. Wie ist da die Verteilung, sagen wir mal, von positiv zu negativ, so prozentual? Was würdest du schätzen? Allgemein jetzt oder jetzt was? Allgemein. Oder unsere Zuschauer jetzt? Allgemein. Allgemein? Also Dunkelziffer. Dunkelziffer. Ja, es gibt schon... Es gibt schon... Fast 50%. Echt? Fast. Also ich würde sagen 35-40%. Haben... Machen es regelmäßig oder haben es schon mal probiert. Oder haben es schon mal gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Weißt? Aber wenn du erwischt wirst, dann wirst du gebannt. Also dann ist dein Account weg. Wie wird man da erwischt? Nee, nee. Also erstmal klickt man Verwarnung. Also du kannst zweimal Verwarnung bekommen, ohne dass irgendwas passiert. Echt? Erst am dritten Mal... Wer kontrolliert das? Wer kontrolliert das? Die Firma. An sich eigentlich nicht, aber die checken das nicht immer. Wie sollen sie einen Einzelnen da finden? Tun die auch nicht. Ab und zu, wenn man es falsch macht und so. Ja, genau. Aber... Aber wie ist es dann, wenn diese Dings mit dem... Dieses Spoofing, wenn sie eine Kooperation mit der Firma machen, die sagen, keine Ahnung, jetzt irgendwie band die Leute nicht. Dafür kriegt er so und so viel Cash und dann, wir wollen unsere App durchbringen oder was? Niantic braucht das nicht, Mann. Niantic macht so viel, die machen Milliarden. Das juckt die nicht. Die können da machen, was sie wollen. Das läuft so krass wie Pokémon GO. Ja, also sogar dieses Jahr ist immer noch der erfolgreichste. Echt? Ja gut, aber das glaube ich wegen Corona, Mann. Weil jetzt viele Leute rausgegangen sind und so und deswegen nicht. Das wird immer, immer klasse, immer so. Komischerweise. Ne, ja, bei Niantic hausert ein Event nach woanders. Aber wie gesagt... Hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch auf Instagram ein bisschen darüber berichtet und da hat auch jeder gesagt, mach doch einfach. Ja, ja. Es ist ja auch nicht verkehrt. Aber, denkst du, das kann auch damit zusammenhängen, dass die, die schon Pogo, die ganzen Pogosuchtis, die ganzen Fanatiker schon weg von meinem Kanal sind. Die, die schon direkt abgesprungen sind, wo die gehört haben, kein Pogo mehr. Und jetzt nur noch die Chiller da sind, die ein bisschen casual zocken und das denen nicht so juckt. Und die ganzen Pogo-Fanatiker sind schon weg. Stimmt, stimmt. Die dagegen wären. Es sind sogar noch ein paar... Ne, das nicht. Es kann schon sein, dass viele von den Hardcore-Spielern und von den Ehrlichen weg sind. Aber ein paar sind auf jeden Fall noch da. Aber ich glaube zum Beispiel, es ist was Neues. Es ist ein Anreiz für die Leute, das zu machen, um einfach das so auszuprobieren. Ist halt so. Ganz ehrlich. Ist immer ein Anreiz. Fühlst du dich da nicht falsch? Warum denn? Ja, weil du es nicht ehrlich gespielt hast dann. Ja, aber wir spielen ja eigentlich nicht mehr so. Aber wieso habe ich es da nicht ehrlich gespielt? Und Sjukta-Spiel ja eigentlich nicht. Aber warte mal. Du sammelst doch die Pokémon zum Beispiel. Und wenn du dir jetzt keine Ahnung, irgendein Pokémon holst, was es nur in Australien gibt oder was, ist das dann mit diesen... Ja, aber es gibt auch Tauschen. Du kannst es auch einfach von irgendjemandem ertauschen, dann hast du es dir auch nicht verdient. Okay. Deswegen, ein großer Unterschied macht das nicht. Einen großen nicht. Du musst halt natürlich auch jemanden finden, der das hat. Aber wie gesagt, es ist... Es ist irrelevant, ganz ehrlich. Finde ich jetzt. Ich glaube, früher war das viel schlimmer. Ja, ja. Früher war das extrem schlimm, sowas zu machen. Ja, weil du dann einfach... Jetzt aber. Ja, wie noch hier hat das Spiel sehr, sehr ernst genommen. Ja, das war was anderes. Aber jetzt mittlerweile glaube ich, dass es viel lockerer geworden ist. Also, weil die meisten viel lockerer geworden ist. Ja klar, weil es auch wie gesagt, weil wir haben gesagt, irgendwann ist es ausgelutscht wahrscheinlich. Und dann ist es ja. Die Leute wollen irgendwas Neues probieren und irgendwie Sachen machen und... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich habe natürlich dagegen tendiert. Habe ich ja auch im Video gesagt, dass ich ja schon eine Richtung habe, in die ich tendiere. Und das war natürlich nichts zu machen. Aber hey, wenn es euch nicht juckt, wenn es keinen mehr juckt, wieso nicht man? Dann kommt auch oft das Angebot an und dann kommt vielleicht demnächst dann zu einem Video. Das war ein Update zu dem Thema. Ihr habt unsere Meinung beeinträchtig beeinflusst. Hätte ich nicht damit gerechnet, auf jeden Fall. Gebt ein Like, ein Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Freut euch auf das Video. Falls es kommt, das war's von uns.